Ehe jedem Stichler Verleumder, der ein Vermögen zusammenträgt und es gezählt zurücklegt. Er meint, dass sein Vermögen ihn unsterblich mache. Aber nein, er wird wahrlich in Al-Chutama geschleudert werden. Und was lässt dich wissen, was Al-Chutama ist? Es ist Allahs angezündetes Feuer, das bis zum Innersten der Herzen vordringt. Es schlägt über ihnen zusammen in lang gestreckten Säulen. Amen. 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 Amen.